Was können Sie mit Microsoft Office 2010 tun? Sie können Audio- und Videodateien höchster Qualität direkt in PowerPoint bearbeiten und Ihre Präsentationen praktisch jedem vorführen, der online ist. Machen Sie Ihre Dokumente noch leistungsfähiger und interessanter, indem Sie dynamische SmartArt-Grafiken, auffällige Texteffekte und künstlerische Effekte und Farben direkt in Word verwenden. Erhalten Sie mehr Kontrolle über Ihre E-Mails in Outlook. Führen Sie gewünschte Threads zusammen, ignorieren Sie andere und erledigen Sie Aufgaben schneller. Verbessern Sie Daten in Excel durch neue Einsichten, geben Sie sie in Excel Web App frei und erleben Sie, was passiert, wenn Leute wirklich zusammenarbeiten. Und erinnern Sie sich dank OneNote immer daran, wo Sie Ihre besten Ideen und Informationen abgelegt haben. Microsoft Office 2010 verleiht jedem Projekt mehr Wirkung, Energie und Effizienz. Holen Sie sich Office 2010 noch heute. Microsoft Office 2010 www. supermarket.deGOres.richtonförmärki Marsch www.digsi.com